Köln Kaffel des Wettbewerbs. Das entscheidende Votum gaben am Ende die Zuschauer ab, sie katapultierten den Isländer, der auch der schönste Fußballer der Welt genannt wird, in der Nacht zu Samstag in letzter Sekunden noch an die Spitze der tanzenden Promifinalisten. Gislason war danach angemessen fassungslos. Das hätte ich nie gedacht, stammelte der Sportler. Als sein Name gefallen sei, sei er einfach nur auf die Knie gesunken. Tor hat alle seine Kräfte verloren, erklärte er den Moment, und beschrieb die Szene damit richtig. Seinen finalen Tanz hatte der 33-Jährigen nämlich im Kostüm des Hammerschwing an den Donnergottstor bestritten. Was bei anderen Kandidaten schnell sonderbar gewirkt hätte, fügte sich bei Gislason zu einem schlüssigen Gesamtbild. Mit seinen stahlblauen Augen und den gemeißelten Gesichtszügen war die Götterrolle wie gemacht für ihn. Der Isländer ist für das deutsche Show-Fansehen im Grunde eine RTL-Entdeckung. Seinen Promistatus erlangte er während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018, bei der sich ein Millionenpublikum plötzlich fragte, wer der gut aussehende Kicker ist, der dafür den Außenseiter Island aufläuft. Vor seiner Einwechslung in eine Partie gegen Argentinien hatte er rund 30.000 Instagram-Follower, wenig später waren es mehr als eine Million. Der massive Zuspruch des Publikums war es auch, der ihn zum letzten Sieger machte. Nach Jurypunkten hatte im Finale zunächst Schauspielerin Valentina Pade, 26, vorne gelegen. Sie holte mit Tanzpartner Valentin Lusin, Ehemann von Renata Lusin, in drei Tänzen die Höchstzahl von 90 Punkten und wurde mit Lob überschüttet. »Mir geht eigentlich nicht«, urteilte der üblicherweise strenge Wertungsrichter Joachim Lambi nach der Rumba des Paares. Marilyn wird sehr glücklich sein, befand mit Juro Jorge González, nachdem Pade als Abschlusstanz eine Hommage an Marilyn Monroe auf das Parkett gezaubert hatte, inklusive weißem Kleid und Lüftungsschacht. In ihrem Hauptjob spielt Pader bei der Soap gute Zeiten, schlechte Zeiten, die Enkelin von Bösewicht Jo Gerner. Aber auch Gislason hatte bravourös getanzt und war so in Schlagdistanz geblieben. Prunkstück war sein rasanter Jeff Zidontwuri, Be Happy von Bobby McFerrin. Lambi erklärte, dass dafür eigentlich mehr als die möglichen 10 Punkte pro Punktrichter nötig wären. »Das war bombastisch«, sagte seine Jury-Kollegin Motsima Buse. »Ich dachte, Renata würde sterben.« »Wirklich«, erklärte Jorge González. Gislason's Partnerin war nur so über das Parkett geflogen. Mit der Bronze-Medaille ging Reality-Kandidat Nikolas Puschmann, 30, nach Hause, der durch die Schwul-Dating-Show Prinz Charming bekannt geworden war. Mit seinem Tanzpartner Vadim Gabusov hatte er das erste Männepaar in der deutschen Ausgabe der Tanzshow gebildet. Auch sie fuhren sehr gute Jury-Wetungen ein, Lambi, kein Fehler. Nix, wurden aber im Duell der Spitzentänzer etwas zerreben. Alle Finalisten hatten auf ihrem Weg zum Showdown eine ganze Reihe anderer Promis abgehängt. Unter anderem schied der ehemalige Tagesschausprecher Jan Hofe, 69, aus dem Wettbewerb aus. Die meisten Kandidaten durften im Finale nochmal ihr Können zeigen. Nicht dabei war allerdings Musikerin Ilse de Lange, die sich per Videobotschaft meldete und berichtete, sie sei in Quarantäne. Man brauche sich aber nicht um die Sorgen, es geht mir gut. Auch Sieger Ruri Gislason ließ am Finalabend ein paar Einblicke in sein Leben zu. Nicht nur berichtete sein Schwager, dass die Familie etwas überrascht gewesen sei von den tänzerischen Fähigkeiten des Fußballers. Auch scheint Gislason in Deutschland nun heimisch werden zu wollen. Ich bleibe in Deutschland, erklärte er. Das sei sein Ernst. Ich suche eine Wohnung hier in Deutschland. Ich möchte hier leben.